Guten Abend miteinander, das Mikrofon ist nur wegen dem Livestream, also ihr gehört mich ganz, ganz analog. Abend Nummer 2, ich finde die ersten zwei Übungen sehr besonders, gestern mit der 3 Sonata Opus 2, heute mit der 3 Sonata Opus 10, weil man das nämlich im Konzert nie, diese Zusammengehörigkeit hört, weil es nicht ein halber Programmteil ist, für das ist es zu lang. Und es ist aber auch nicht ein ganzes Konzert im normalen Nicht-Hombi-Salon-Konzertzyklus und das finde ich sehr spannend. Heute spielt Tatjana diese 3 Sonaten Opus 10, auch als Gruppe und es ist eine Welt und es ist ein Bogen, es ist schon ziemlich spannend so. Weil als du es programmiert hast, habe ich gedacht, es ist schade, dass man das nicht mischt. Nein, es ist super cool. Genießt sie, Tatjana. Ich genieße es seit gestern Abend und bin aufgeregt bis am 4. Juli. Danke, dass du da bist. Tschüss. Danke, dass du da bist. Applaus Applaus Vielen Dank. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Applaus Applaus Untertitelung. BR 2018 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 Einfach großartig. Ich bin so froh, dass du hier reingetrampt bist, in Hombis Salon. Ich danke dir. Ich danke dir. Einfach großartig. Applaus Vielen Dank.